Der Megafilm auf ProSieben. Kathleen Turner findet sich plötzlich in ihrer Vergangenheit wieder. Ich möchte wissen, was hier vorgeht. Irgendwie ist er richtig süß, nicht wahr? Oh ja. Und mit 17 hat man noch Träumen. Ich bin der Mann. Ich frage dich nun, warum du mit mir streitest. Es ist vorbei, Charlie. Peggy Sue hat geheiratet. Morgen 20.15 Uhr auf ProSieben. Untertitelung des ZDF.